Kommst du, kommst du von Köln auf der Autobahn A4 Richtung Olpe oder vom Kreuz Olpe Richtung Köln, dann musst du unbedingt in der Mitte nach Lindlar zum Freilichtmuseum. Da gibt es etwas, was auf der Welt einmalig ist, vieles hat man uns schon erzählt, in Museen kann man alles besichtigen, aber die Wirklichkeit, die sieht man nur hier. Im heimlichen Nachtausgang, wenn das Museum geschlossen wird, dann kommt man an den Ausgang, in dem einem klar wird, wie es früher einmal war, kein Strom. Die Lindlara Kein-Strom-Steckdose ist einmalig im gesamten Universum, es gibt sie nur hier, nebenan kann man auch noch gut essen oder ein Eis genießen. Alles ohne Strom ohne Strom. Die Lindlar Kein-Strom-Steckdose